Hallo Freunde und das ist vielleicht die dümmste Entscheidung, die ich je als Video oder die dümmste Idee, die ich je gebracht habe, nämlich ich werde den World Cup Deathrun spielen. Ja, der Originale. Und frohes Neues übrigens. Ich hoffe, es hat alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Euch geht es allen gut. Und ja. Vielen Dank für die 40 Abonnenten nochmal. Jetzt schon 42. Und wenn du noch nicht abonniert hast, würde es mich sehr freuen, wenn du abonnierst. Und ich bereue wirklich das zu machen jetzt. Wenn es überhaupt funktioniert. Falls es funktioniert. Falls es funktioniert. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Mensch, wenn die Map geladen hat. Ich hätte einfach nur reingehen müssen. Wie seht, das ist der World Run. Und den. Spiel mir jetzt. Mein WLAN ist auch im Eimer. Deshalb, let's go. Ich bereue es. Ich bereue es jetzt schon. Okay, let's go. Hä? Ich habe doch Spreng gedrückt. Ey, Mann. Willst du noch mein erstes Deathrun Video? Na bitte jetzt. Willst du noch mein erstes Deathrun Video? Was ich dann noch einfach abgebrochen habe? Zeige ich, das sollte jetzt auch nochmal passieren. Ja, bitte. Ich weiß selber nicht, warum ich dann immer hier drauf drücke. Als ich gestorben bin. Wow. Ey, Digga. Spiel jetzt schon eine Minute den Deathrun. Wird schon kein Bock mehr. Nervendecker Nein Ja 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 Leg mich an Ja Okay, let's go Dead Doch nicht Okay, hier gibt's Schadenklappe Oh mein Gott, so ein Schapier, Digga Puh, okay, geschafft Oh, das level wird man auch sehr nachzupassen Ja Okay, wir haben jetzt gut wieder was geschafft, jetzt verkacken wir erstmal Äh, nie weit genug, Digga Ja, gut Oh, ich hätte noch mal ein Pussys mitnehmen können Hm, nehmen wir mal zum Pussys Nein Weiß nicht Ich lege meine Freundschaftsliste Keine Kinder Ha Nix Hä Wie Wie Ja, gut, ich weiß das, glaube Bisschen weiter hinten bußen und dann werden wir das Buss springen Wieso Wieso Ey, ich, ich bereuchte dich schon wieder, wie gesagt Also Sorry, falls das Video heute eine Stunde geht I'm so sorry Es tut mir so leid, dass das Video auch eine Stunde Sam gehen wird Warte, ich hab die Idee Ich hab die Idee Okay Nein Mann, das war knapp Das war knapp Also Dieser Plan ging in die Hose Wieso mach ich sowas Jeder andere bringt normale Videos, was bringt ich Ich spiele den Fortnite, wake up the farm Tschüss Wieso komm ich auf solche Ideen Wieso komm ich auf solche Ideen Wieso komm ich auf solche Ideen und das war einfach nur ein bisschen Ich hab das Bisschen Ich hab das Okay, wir machen es so, ich pausier jetzt mal ganz kurz hier mit der Aufnahme. Spiel das Level, und dann sind wir uns wieder, wenn ich es geschafft habe. Ich habe es die ganze Zeit heute gemacht. Das ist das Lemon Lines. Wir machen weiter. Doch, easy peasy. Avogados von Mexiko. Okay, next level. Okay, next level. Ja, gut, ich dachte, da müssen wir unspringen. Okay, wir haben es ein bisschen weiter geschafft, Freunde. Ich habe wieder Hoffnung. Und ich habe meine Hoffnung gerade wieder verloren. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ey, das Video geht jetzt schon 10 Minuten. Achtler wäre es geschafft. Es wird schon 12 Minuten. Ja, ja. 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 Mann. 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 Bis mir mit dir. ich habe keinen bock mehr einfach keinen bock mehr ich muss weit das drecksteil warum kann man da nicht drüber sprechen warum man jetzt muss mich das dreckzeit zu weit Ja, mein Gott, Digga. Ja, mein Gott, Digga. Ja, mein Gott, Digga. Oh, mein Gott, jetzt noch eine Digga, die sie abschließen. Dig mitnehmen, Digga-Kranaten mitnehmen. Digga-Kranaten mitnehmen, Digga-Kranaten mitnehmen. Nein! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga-Kranaten mitnehmen. Oh, mein Gott, Digga-Kranaten mitnehmen. Nein! Zehn Level von 50. Oh, mein Gott, Digga-Kranaten mitnehmen. Oh, mein Gott, Digga-Kranaten mitnehmen. Ich schick's nicht, Digga. Ich schick's nicht, Digga. Oh, mein Gott, Digga-Kranaten mitnehmen. Nein! Junge, du boostest viel zu schnell, Digga. Man boostet viel zu schnell, Digga. Man boostet viel zu schnell, Digga. Schmutz, Digga. Wollen wir den Stadt dann auf einmal ausgebremst, Digga? Ich hab kein Bock mehr, Digga. Okay, das geht schon, Digga. So, das Video geht jetzt fast wieder eine halbe Stunde. Wie gesagt, von heute ein Stundenvideo, dachte ich mir mal so. Ganz ruhig bleiben. Was ist denn da aus Fortnite? Okay, wir sehen. Okay, Freunde, wir sehen uns wieder, wenn ich es geschafft habe. Sonst geht das Video wirklich eine halbe Stunde. Oder eine Stunde. Ey, ich hab's immer noch nicht, Leute. Wie seht, ich bin schon bei 37 Minuten insgesamt. Ich hab keinen Bock mehr, ne? Hey. Einmal hatte ich es fast geschafft. Ich glaub, dann hat es auch nicht funktioniert. Einmal so knapp. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja. Individuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe keinen Bock mehr. 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 Ich lasse das nochmal wieder. Wir haben es geschafft. Next Level Cheaten Kommt man jetzt hoch Okay Hä, wie kommt man da jetzt hoch? Check an who man exsatzung Ich kann man jetzt hoch Der Berg. Hä? So meinen jetzt hier hochkommen. Über den Berg da? Hä? Ist hä? 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 Wie soll ich da jetzt? Soll ich da jetzt hochkommen? Soll ich das hoch und zu prüfen? Soll ich dich wieder hochkommen? Hä, aber hä? Ich habe keinen Bock mehr. Oh, mein Bluetooth-Laufsprecher ist alle. Warte mal, wart. Hier ist mein Dober. Gut. Sorry, Freunde, ich muss jetzt einmal ein bisschen ohne Ton. So, aber ich probiere mal ein bisschen über die Switch den Ton zu nehmen. das klingt kacke hier ein bisschen feitschen wo ist denn da drüben oh mein gott ist das ist so was ich mache gerade Nein! Das ist schön, was ich mache. 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 Und meine Nerven. Meine Nerven sind zu Ende. Der Schild sprengt läuft jetzt drin. Der Löffel ist ein Nippat. Es soll angeblich noch ein neues Geschenk kommen. Und falls ihr solche TikToks seht. Und ich meine, das ist halt das letzte Geschenk. Das ist kompletter Müll. Also, das ist nicht das letzte Geschenk. Das letzte Geschenk kommt noch. Freunde, Geduld. Und wie immer, das war es mit dem Video. Lass gerne ein Like ab oder aktiviert die Glocke. Wenn ihr es noch nicht getan habt, denn es fehlen nur noch 8 Abonnenten bis zu den 50. Also würde es mich sehr freuen, wenn du abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.